Ich denke, dass I think that Ich denke, dass dieser Film großartig ist. I think this movie is great. Ich denke, dass wir jetzt gehen sollten. I think we should leave now. I think we should leave now. Meiner Meinung nach ist das die beste Option. In my opinion, this is the best option. In my opinion, this is the best option. Meiner Meinung nach sind Katzen besser als Hunde. In my opinion, cats are better than dogs. In my opinion, cats are better than dogs. In my opinion, cats are better than dogs. Soweit es mich betrifft. So weit es mich betrifft, sollte jeder Englisch lernen. Soweit es mich betrifft, ist es bereits zu spät. Ich glaube, dass Ich glaube, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Ich glaube, dass Ehrlichkeit wichtig ist. I believe. I believe honesty is important. I believe honesty is important. Mir scheint, dass It seems to me that It seems to me that Mir scheint, dass du müde bist. It seems to me that you're tired. It seems to me that you're tired. It seems to me that you're tired. Mir scheint, dass das zu schwierig ist. It seems to me that this is too difficult. It seems to me that this is too difficult. It seems to me that this is too difficult. Aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht ist die Situation klar. Aus meiner Sicht solltest du dich entschuldigen. Persönlich denke ich, Persönlich denke ich, dass wir mit ihm sprechen sollten. Persönlich denke ich, dass es Zeitverschwendung ist. Ich nehme an. Ich nehme an. Ich nehme an, dass wir das versuchen könnten. Ich nehme an, dass wir das versuchen könnten. Ich nehme an, dass er unser Treffen vergessen hat. schaffe ich an, dass er gesagt hat. Ich nehme an, dass er uns nicht verändert. Das ist eine zweite Folge. Ich nehme an, dass er uns nicht verändert. Ich nehme an, dass er uns nicht verändert hat. Ich vermute, ich gehe jetzt nach Hause. Ich vermute, so ist es besser. I guess it's better this way. Meiner Ansicht nach. Meiner Ansicht nach wird dieser Plan funktionieren. Meiner Ansicht nach machen wir alles richtig. To my mind we're doing everything right. To my mind we're doing everything right. To my mind we're doing everything right. Wenn du mich fragst. To my mind we're doing everything right. Wenn du mich fragst, ist es die Mühe nicht wert. If you ask me, it's not worth the effort. If you ask me, it's not worth the effort. If you ask me, it's not worth the effort. Ich fühle, dass wir einen Fehler machen. Ich fühle, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Ich bin der Überzeugung, dass ... Ich bin der Überzeugung, dass wir es besser machen können. Ich bin der Überzeugung, dass jeder eine zweite Chance verdient hat. Ich bin der Meinung, dass ... Ich bin der Meinung, dass ... Ich bin der Meinung, dass wir unseren Ansatz ändern müssen. Ich bin der Meinung, dass wir unseren Ansatz ändern müssen. Ich bin der Meinung, dass ... Ich bin der Meinung, dass harte Arbeit der Schlüssel zum Erfolg ist. Laut mir. Ich bin der Meinung, dass ... I'm of the opinion that hard work is the key to success. I'm of the opinion that hard work is the key to success. laut mir according to me laut mir ist das eine fantastische Gelegenheit. laut mir bewegen wir uns zu schnell. laut mir according to me we're moving too fast. according to me we're moving too fast. laut mir bewegen wir uns zu schnell. laut mir bewegen wir uns zu schnell. laut mir bewegen wir uns zu schnell. laut mer As far as I'm concerned, she's very talented. Ich glaube, dass er kommen wird. Mir scheint, dass wir uns schon einmal getroffen haben. Aus meiner Sicht ist das ein Missverständnis. Persönlich denke ich, dass du sehr talentiert bist. Ich nehme an, dass es möglich ist. Ich vermute, du hast mich nicht verstanden. Ich vermute, du hast mich nicht verstanden. Ich vermute, du hast mich nicht verstanden. Meiner Ansicht nach solltest du deinen Ansatz ändern. Wenn du mich fragst, sollte er zuerst sich entschuldigen. Ich fühle, dass du mir nicht vertraust. Ich bin der Überzeugung, dass du Fortschritte machst. Ich bin der Meinung, dass wir mehr zuhören sollten. Laut mir ist das der falsche Ansatz. Ich denke, dass es heute regnen wird. Ich denke, es wird heute regnen. 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 Ich bediene ich, das wird heute regnen. Ich denke, es wird heute regnen. Ich denke, es wird heute regnen. Mir scheint, dass du dich irrst. Aus meiner Sicht macht sie einen Fehler. Persönlich denke ich, dass wir eine neue Strategie brauchen. Ich nehme an, dass du Recht hast. Ich vermute, wir sollten von vorne anfangen. Ich vermute, wir sollten von vorne anfangen. Ich vermute, wir sollten von vorne anfangen. Meiner Ansicht nach ist es zu früh, um zu entscheiden. Wenn du mich fragst, ist dies die beste Lösung. Wenn du mich fragst, ist dies die beste Lösung. Ich fühle, dass wir ihnen helfen sollten. Ich fühle, dass wir ihnen helfen sollten. Ich bin der Überzeugung, dass Ehrlichkeit sich auszahlt. Ich bin der Meinung, dass du zu mehr fähig bist. Laut mir solltest du dich mehr auf deine Ziele konzentrieren. Ich denke, dass du gute Arbeit geleistet hast. Meine Meinung nach brauchen wir mehr Übung. Soweit es mich betrifft, ist das keine gute Idee. Ich glaube, dass sie die richtige ist. Ich glaube, dass sie die richtige sei. Ich denke, sie ist die richtige Seite. Ich glaube, sie ist die richtige Seite. Ich glaube, sie ist die richtige Seite. Aus meiner Sicht machen wir Fortschritte. From my point of view, we are making progress. Persönlich denke ich, dass dies die richtige Entscheidung ist. Ich nehme an, dass wir sehen werden, was passiert. Ich vermute, er ist nicht interessiert. Ich vermute, er ist nicht interessiert. Meiner Ansicht nach verdient sie eine Chance. Wenn du mich fragst, müssen wir geduldiger sein. Ich fühle, dass alles in Ordnung sein wird. Ich bin der Überzeugung, dass wir verständnisvoller sein sollten. Ich bin der Meinung, dass wir eine Pause machen sollten. Laut mir sollten wir immer positiv bleiben. According to me, we should always stay positive. According to me, we should always stay positive. According to me, we should always stay positive. We should be friends, but we should always stay positive. We should be watching the next video. We should be well-on-one so, dass wir sie hier weiterfinden können. Vielleicht kann ich nicht mehr wissen. Vielen Dank.